Wozu brauchen wir die Kameras? Achso, das können wir gleich reden. Was? Wozu wir die Kameras brauchen. Das können wir gleich für die Aufnahme sagen. Ja, und zwar jetzt. Morgen, Jungs. Genau. Es gab mittlerweile ein Update. Foliage Big Update. Steht bei Steam drin. Was ist das für so ein Laubwerk, ne? New Game muss ich klicken. Wo steht das? Da oben. Foliage. Ja, also wurde das Laubwerk scheinbar jetzt grafisch verbessert. Ja, das soll ein Big Update sein. Und alle Pflanzen. Ja, ja. Process. Process. Interessant. Ja, was quasi geschrieben ist. Und Optimized Materials. Fixed Bugs with the movement of Deer and Bigfoot. Gab's da Bugs? Keine Ahnung. Vielleicht kommt der jetzt häufiger. Nimm doch die Frau, oder? Ich nehme jetzt wieder die Frau vielleicht. Ne, das hat er ja reingeschrieben, wenn die eine Stimme hätte. Müssen die Rautcheck wieder schön hoch pushen. So, take refill. Wie ging das nochmal? Ehe. So, eine Medicine. Night Vision Camera. Genau, und die Frage ist jetzt, wozu brauchen wir die Kamera? Und die kann man hier irgendwo links von dem Computer in der Box hat unter dem ersten Video ein Zuschauer namens Crimson Furry geschrieben. Oh, du meinst die Night Vision. Nein, diese Cameras, damit man hier auf den Bildschirmen was sieht, nehme ich an. Und die sind links von dem Computer in der Box, das ist das hier. Das hat Mr. Crimson Furry geschrieben. Und kann man die Ropes nehmen jetzt eigentlich? Die konnte man glaube ich nehmen, aber ich weiß nicht wo die landen. Weil die kann man da unten ein Ding nur auswählen. Chain steht da. Chain for Linking Predators. Linking. Verstehe ich nicht. Guck ich auch nicht. Ich nehme halt mal ein paar mit. So, das Signal Gun ist gut. Ich habe gehofft, dass wir heute den fangen, aber ich habe so das Gefühl, checken das wieder nicht. Okay, dann lade ich gleich mal die Track Bullets, oder? Wir sind auch so, ja. Wir sind auch so dumm. Es liegt alles wirklich am Anfang, was man braucht, und wir finden es trotzdem nicht. Wir haben es halt nicht ausführlich genug umgesehen am Anfang. Das kann man jetzt nochmal machen. Open Fridge? Was war da denn drin? Da war Fleisch drin, genau. Das brauchen wir auch. Ich weiß gar nicht wofür. Ja. Die Traps. Für die Falle auf jeden Fall. Ob man das außerhalb der Falle auch gebraucht hat. Vielleicht kann man die Falle auch nur, oder sollte man die Falle nur unter dieser Stelle da placen, wo man das brechen kann. Unter so einem Ast. Ja, habe ich ja auch. Das habe ich jetzt mal gemeint, ja. Nur so. Müssen wir mal probieren. Ich wollte euch die Kameras überhaupt aufstellen. Wie ging das auch cool? Ja, aber am besten halt so weit wie möglich auseinander, oder? Damit wir verschiedene Perspektiven haben. Oder? Ja, an den verschiedenen Landmarks oder in vier Himmelsrichtungen. Ich habe ja vier Kameras. Stimmt, die Landmarks sind eine gute Idee. Wobei, aber dann von den Landmarks weg halt, ne? Weil in so einem Felsen. Ne, hier so und dann auf den Felsen gerichtet hätte ich das jetzt gemacht. Weil es am logischsten ist. Ein Stein. Rebranch. Hier ging es. Oh, dann legt da die Falle. Soll ich gleich hier mal? Mach mal an die Falle. Tee. Hör mal. Item vor. Was steht denn da, wenn du drauf guckst auf die Falle? Branches. Rip branch. Aber ich muss zuerst ein Fleisch placen. Ja, bei der Trap stand auch was. You need mask. Achso, das haben wir schon mal gelesen, ja. Ist es jetzt drauf? Ja, ich glaube schon. Ich sehe die Falle gar nicht. Und rip branch. Da sind doch Blätter jetzt drauf, oder? Ich habe keine Ahnung. Oh Mann ey. Funktioniert ja gut. Hat er das Foliage jetzt verbessert? Ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch nicht wirklich eine bessere. Aber platziert doch eine Kamera so, dass wir die Falle im Auge haben, oder? Das ist vielleicht eine Idee. Wo ist sie noch gleich? So. C. So. So. Ja, vielleicht ein bisschen weiter noch. Aber auf den Busch gerichtet. So. Oh, zeigt jetzt in die richtige Richtung. Das ist ja cool, dass die Leuchte sind so, ne? Ja, okay. Das gelingt so. Dass die Leuchte ist gut. Kann der Busch gut jetzt eigentlich auch am Tag kommen? Ähm, hat keiner geschrieben, oder? Ich glaube bei uns kann man nacht. So. Ähm, da sieht man die Kamera auch auf der Map. Das ist schön. Voll gut. Ich würde auch ne Kamera so auf den Seelichten einfach, weil's schön ist. Oh man, aber du siehst doch auf dem scheiß Bildschirm, das ist gar nicht gescheit. Ja. Einfach so hier in die schöne Landschaft. Da haben wir dann vom Wohnwagen aus ne schöne Aussicht. Alles klar. Oder da oben auf den Felsen vielleicht? Jo. Jo? Aber in die andere Richtung vielleicht? Weil auf dem Wasser wird er ja drum hüpfen. Ach so. Der Dude. Ja, aber das ist schon... Oder auf so einem Aufsichtsturm. Das ist schon sehr schön. Muss man mal sagen. Ja, aber in echt wär's bestimmt noch schlimmer. Ja, da sieht man ja echt nicht so viel. Gerade wenn's neblig ist. Mhm. Und nachts wird's noch schlimmer. Ja, dann lass man das vor der Tür. So. Guck mal, das sieht aus, ob man was abbrechen kann. Da hier? Wobei, nee, das sah anders aus bei den anderen. Ja, wir haben ja gesagt, das geht nur ein... Warum bin ich jetzt erschrocken. Es geht nur ein einziges Mal. Das kam von hinter uns irgendwie. Kann das sein? Es hinter uns. Rechts oder hinter uns? Ja, hier in die Richtung, wo ich jetzt lauf, dachte ich eigentlich. Hm, weiß ich nicht. Ja, mach mal. Ja. Aber vielleicht war's auch wieder nur so ein Hirsch-Eilich-Dings. Ja, sowieso. So, was anderes hab ich jetzt auch nicht gedacht. Kann man den auch tracken? Wie ein Hirsch? Bestimmt, oder? Das probieren wir mal. Das wär lustig. Aber na, eigentlich, wir würdet es uns dann nur... Kommt er nicht hoch. Wobei, wir sehen ja, wenn wir dann den Bigfoot treffen, welcher Punkt welcher ist. Oder vielleicht haben die auf der Karte... Ah, ah, da. Ist das Bigfoot? Nein. Ah, klasse. Ich ergänze nicht. Ähm, hast es jetzt? Ich hab das nicht getroffen. Ja, meinst du? Soll ich noch ne Munition verschwenden? Jetzt hab ich auf dem Tor so... Schau mal. Das war jetzt 100%ig. Alter, das geht wirklich. Ja, du warst das erste tatsächlich daneben. So. Äh, nachladen. Bist du untrainiert? Oh, jetzt rennt er weg. Ja, was kann ich dir für, wenn die Hitbox so klein ist. Kleiner als das Model. So war's nämlich. Ja, das war der Grund. Können wir dann in der Aufnahme nochmal Zeitdoku machen, ob der weiße Punkt dann auf dem Kopf war. Zum Zeitpunkt, als ich abgedrückt hab. Zumpf ist auch schön. Haben da was geändert? Hier mit diesen Zumpfpflanzen da? Sind die neu? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ach man, jetzt könnte mal langsam Nacht werden, oder? Ja, es dämmer doch schon so langsam, oder? Ja. Eine Uhr wär noch nicht schlecht. Dass die mal irgendwo eingeblendet wird. Oder vielleicht ist ein Wohnwagen eine Uhr. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und da gibt's ne Taste, wo man dann so auf die Uhr kommt. Feature Request. Wie ist da ein Haus? Eine Hütte oder sowas? Es heißt doch, es ist ne Beta, oder? Guck mal. Oder ist es jetzt keine? Das schauen wir uns jetzt mal an. Hm, was ist denn in dieser Hütte? Hoffentlich ist in der Sachen drin. Ein Riffle. Du hast vergessen, an dem Wohnwagen Hülle zu nehmen. Sehr gut. Tracking ist, warum bräuchte ich. Wenn dann... Oh, hast du sie jetzt komplett verschossen? Nee, oder? Nee, ich hab noch 6 Stück. Oh ja. Aber nichts mehr zum Nachladen. Ach, da steht das, ja. Ah, bei diesem Jägersitz fahren wir's jetzt mal schon mal, ne? Ich weiß nicht, ob's der war. Ich denke schon. Das war da an dem Sumpf. Okay. Passiert der Regen so? Nee, es regnet doch gar nicht mehr. Keine Ahnung. Oh, alter. Ah, geil. Was sag's mal jetzt an? Wo kommt da der Strom her? Strom? Vielleicht hat er das Akku. Guck mal, es leuchtet auch so. Sind das Glühgämmchen? Sind Glühgämmchen? Wahrscheinlich. Aber das ist falsch. Die dürfen erst nachts kommen, oder? Ja, wie gesagt, ist der vielleicht schon. Oh, da ist die Sonne. Ja, und schon so grün hat er eigentlich, ne? Ja. Ist gefühlt schon Abend. Muss schon, muss noch ein bisschen optimiert werden wahrscheinlich. Aber, coole Details auf jeden Fall. Ja, es wäre schon schade, wenn es lang dauert nach Spielstart, bis es dunkel wird und Bigfoot tatsächlich nur nachts kommt. Jetzt wird es langsam düster. Ja, jetzt kriege ich auch ein bisschen Angst. Oh Mann, wenn er kommt, Track Bullet, ne? Und dann... Track Bullet hab ich... Ausgewählt. Was machen wir dann? Wenn wir ihn verfolgen? Wollen wir ihn abschießen die ganze Zeit, oder? Na, er hat ja dann so eine Lebensleiste, so für Health. Meinst du, dass er dann irgendwie... Wir sollen ihn noch lebendig kriegen, oder? Vielleicht, äh... Läuft er von alleine rein, wenn wir ihn tot schocken? Huh? HUA! Wo ist er? Okay, du hast zwei Hände. Den kann ich... Z. Ich seh nix. Genau, das hatte ich auch letztes Mal. Oh mein Gott. Fuck you. Wir versuchen ihn einfach zu erlegen, oder? Soll ich mal eine Leuchtkugel auf ihn feuern? Nee, sagen wir doch... Ah, das ist doch voll sinnlos. Ob er abbreitet, oder ob er hängen bleibt, wenn er dann das Brennen anfängt. Nee, ich schieße ihn lieber ab, bitte. Das wäre kreativ. Vom Entwickler. Wer fängt denn das Brennen an? Der Bigfoot Fell und... Uuuh, wieso kann ich nicht? Wieso kann ich nicht? Achso, ich muss erst laden. Ah, scheiße. Wieso muss das Spiel so kackrealistisch sein? Hahaha. Okay, aber Eingriff falle ich noch aus. Äh... Ah, da ist er ja schon wieder. Komm. Oh. Ich hab das Koppen-Gewitter. Brauch langsam wieder einen Track-Bullet. Okay. Oder? Die hält ja... Aber wenn du es schaffst, vielleicht schaffst du es ja schnell genug zu wechseln. Uiuiuiui. Jetzt überlebe ich keinen Angriff mehr. Fuck. Irgendwie bringt auf dieses Nachtsicht-Gerät gar nichts, oder? Boah! Einiges! Alter! Oh, der hat eingeschlagen! Leck mich im Arsch! Yo! Alter, geil! Wenn der Baum brennt, hat das irgendeinen Zweck? Also das war jetzt realistisch, so von Lautstärke her. Boah, ja. Krass. Leck, um hier. Das war schlimmer als der erste Kontakt mit Bigfoot, glaub ich. Das hat mich gesteckt. Ja, den kriegen wir nicht mehr hell. Fuck. Ja, dann kannst du gleich zum Auto. Wenn du eh auch schon in die Richtung läufst, dann geh lieber rechts. Ich dachte schon, da ist er. Jetzt hinter unserem... Hä, der ist ja fast am Käfig! Das ist das Reh? Das ist das Reh. Sicher? Oder ist der da auch? Geh doch mal hin. Stimmt, das ist das Reh. Da läuft es doch. Aber... Ja, das ist ein bisschen falsch, oder? Ja. Hä, ich hab Angst. Pass auf, ey. Schon mal links, rechts. Muss direkt vor mir sein. Aber wir haben doch den als zweites getroffen. Ja. Also so lange hält es die Track-Politik, glaub ich nicht. Der ist da, alter. Da. Da war der echt kurz vorm Käfig. Oh, Z. R. Ist der aber noch hinter dir? Ne, er läuft wieder weg. Fahrle, jetzt musst du dich echt heilen. Wo ist der Wohnwagen? Oder rennt da auch hin. Wow. Knapp überlebt. Okay. Open Door. Close Door. Mach da lieber mal zu. Äh... Trinken in Wein und dann heizen dich. Close Door hat die Kühlschranktour offen gelassen. Oh nein. Ich Idiot. Jetzt ist unser Fleisch verdorben. Äh... Trap haben wir. Guck mal, was ist die Kamera? Ja, das muss ich gleich mal nehmen. Hm. Schaut ja richtig gut aus. Aber man sieht den Busch auf jeden Fall. Schlechte Auflösung. Okay, wo ist er? Da hinten, oh Gott. Guck mal, da wo ich das Licht angemacht hab, ist er jetzt, oder? Das ist das... Ne, da hinten ist der andere! Das kommt voll im Gegengerand, ey. Ja. Aber wo ist er denn? Hast du ihn? Oh, das sieht getroffen, man. Aber es ist wohl wenig ab, schau mal. Alter. Der merkt es nicht einmal. Fühl gut, aber jetzt pass mal auf. Nachladen. Aufs der Restrandes merkt du es echt nicht. Da prallen die so an ihm ab. Ja, dann geh lieber hin, oder? Das tritts ja sogar das grüne Blut. Stimmt, ja. Soll ich da hochkledern? Nee, oder? Ich weiß auch nicht wie. Siehst du noch auf der Karte? Das ist weit weg. So weit ist es nicht, oder? Der kommt jetzt auf die Zugung. Barry Lee Sichtkontakt. Ja, ist er das? Das ist zu weit weg. Wenn er kommt, hören wir das. Okay, ich kann das voll schlecht einschätzen, die Entfernungen auf der Karte. Das ist ja die halbe Seebreite. Jetzt muss man ihn sehen können. Oh, jetzt bringt die was, die Nachtsichtkammer. Da ist er. Oh, er kommt. Nicht mal die Hälfte verloren, Mann. Das ist sau schwer. Ja. Größeres Kaliber. Ja, und die Munition reicht auch lange nicht, oder? Ja, muss halt nachholen. Das ziehen wir jetzt durch. Ich möchte seinen Kopf... Sehen jetzt nicht mehr. Jetzt ist er auch wirklich weit weg. Boah, wer geht nachts, im Regen, im Wald? Ich kriege die Algen, Mann. Ja. Kann man schon sehr weit gucken. Vielleicht hat er echt, äh, irgendwie Angst vor Feuer, oder so. Dass du ihn dann weglocken kannst, quasi damit. Ja, das weiß noch nicht, ob ich den dann anlock, oder... Weg. Muss ich da schon wieder Munition holen. Irgendeiner unserer... Also... Bitte? Irgendwer muss doch wissen, wie das geht. Von unseren Zuschauern vielleicht. Ja, oder wir müssen einfach mal ein anderes jetzt planen gucken. Ja. Aber man kann das Fenster öffnen, ne? Vielleicht kann man den irgendwie an den Wohnwagen locken und von dann... Von da! Da ist mir doch geschützt! Was? Vielleicht kann man den irgendwie an den Wohnwagen locken und dann aus dem Fenster schießen. Meinst du? Und mit Kameras den... den Bereich außen rum irgendwie ab. Ist das jetzt offen? Mach nochmal. Close. Open. Ja, oder? Da ist man doch geschützt, da kann er doch nichts machen. Track holdet erst mal wieder. Okay, alle Windows open. Und wir müssten jetzt mal mehr Kameras platzieren. Dann könnten wir jetzt von hier gucken, wo er ist. Was passiert, wenn er in eine Falle tritt? Bleibt er dann da stehen? Und wie tritt er überhaupt in eine Falle? Muss ich denn selber reinloggen? In dem ich an der Falle warte? Weil der läuft ja nicht durch Zufall jetzt da... Stimmt, wir sind noch nie vor ihm weggelaufen, ne? Ja, aber der ist ja schneller als ich. Das heißt, ich muss in der Nähe der Falle bleiben oder schnell genug reagieren und eine Falle placen, wenn ich ihn sehe. Schwierig. Heute sehen wir voll viele Hirsche. Letztes Mal haben wir einmal vielleicht eingesehen. Da hat er ja den Faktor verdoppelt oder so. Ja, da steht ja auch Optimized... Ne... Materials. Fixed Bugs with the movement. With... With the movement. Ah, hast du jetzt die Kamera platziert? Ne, hab ich nicht. Aber du hast, sag mal mal, ein Drittel... Bist du, wie hat mich abgedenkt? ...ein Drittel von seiner Health abgezogen. Ich würde das als nächstes echt mal mit der Falle probieren. Ja. Aber wie? Also vor dem Gaten dann... Vielleicht mal... ...zur Falle hinstellen und so ein Leuchting schießen? Wenn das vielleicht wirklich anlockt? So, warte mal. Ich bin jetzt erstmal hier vor dem Gate. Hier auf der leichten Anhöhe so, oder? So ist ganz gut. Bipip. Schon irgendwie ein Creepy Forest. Naja, so, wo soll ich die nächste Kamera platzen? Nur dort weg? So bergab? Das ist halt auch nicht besonders weit, weil da auch wieder so ein scheiß Berg ist. Hm. Okay, dann vielleicht ein bisschen weiter laufen noch. Ach da, genau. Da ist noch so ein Ding. Oder geht die Sonne schon wieder auf? Nein. Dann kommt er wieder nicht. Wir müssen seinen Schlafplatz finden. Schlaf im Morgen. Fesseln. Dann können wir ihn fesseln. Oh, stimmt. Das gibt ja auch Fesselseide. Alter, wenn wir ihn kurz vor Sonnenaufgang dieses Track-Ding machen, dann müssten wir doch wissen, wo der... Alter. Oh mein Gott. Wir werden immer schlauer. Ja. Ich sag's euch, bald haben wir den. Ja, willst du an der Stelle weiterspielen vielleicht? Weil ich glaube, jetzt haben wir die Zeit echt. Also vielleicht noch hier in der Kamera. Da ist echt nicht viel passiert, ne? Ja, du kannst doch hier weiterspielen, dann muss man nicht den ersten Tag nochmal natürlich spielen. Und der hat ja schon mal ein bisschen Damage vor allem. Ja. Aber dann seht ihr den Fried nächste Woche. Genau. Obwohl er jetzt schon weiterspielt. Ne, ich meinte. Das ist für den Cut.